Im Moment 100 Prozent, Rolfes geht von Xabi Alonsos Verbleib aus. Bleibt Xabi Alonso wenn schon jenseits eben diese laufende Saison hinaus zusammen mit Bayern 04 Leverkusen? Sportgeschäftsführer zeigte sich an dem Freitagabend meist optimistisch in der Personalangabe des Meistertrainers. Als Xabi Alonso in dem vergangenen März angekündigt hatte, wenn schon in der Saison 2024 und 2025 Trainer von Bayern 04 Leverkusen zu bleiben, war den Verantwortlichen ein gelungener Streich gelungen. Wiederholt sich eben diese Historie nun? Im Moment, sagte Bayerns Sportgeschäftsführer Simon Rolfes an dem Freitagabend vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart zusammen mit. Gehe er zu 100 Prozent davon aus, dass der Baske wenn schon 2025 26 Trainer der Rheinländer der die das sei nicht je wird. Er hat einen Kontrakt und es gibt keine Indizien Beweis dafür, dass es in eine weitere Entwicklung geht, so Rolfes, der Xabi Alonso in dem Oktober 2022 hinter Leverkusen beschafft hatte. Die Ablaufzeit spielt nur eine untergeordnete Rolle. Xabi Alonso steht noch so lange bis 2026 zusammen mit Bayern 04 nebst Kontrakt. Xabi Alonso gilt wie eine der heißesten Aktien auf dem internationalen Trainermarkt, und sollte hinter der Saison ein absoluter Top-Klub rufen, könnte dasjenige Passage in Leverkusen für ihn wenn schon vor Vertragssender enden. Ein Szenario, vom Rolfes aber nicht ausgeht. Als heißester Kandidat in der Industrie 2 gilt Xabi Alonso's X-Klub Real Madrid. Am Donnerstag hatte der Kicker berichtet, dass Bayern 04 für den Sinken eines Abgangs des Spaniers bereits eine Shortlist möglicher Nachfolger erstellt hat. Auf der Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß von A bis Z obig steht. Der Name Hoeneß ist mir echt bekannt, sagte Rolfes an dem Freitagabend zwar, schob aber schnell hinter. Dass in der Diskussion so viele Konjunktive im Gange sind, dass es keinen Zweckhaftigkeit macht, dadurch zu spekulieren. Die Shortlist soll dadurch bestenfalls von A bis Z in der Muster bleiben, denn, wir haben für sie Saison einen Wunschkandidaten gehabt und für nächstes Jahr haben wir ihn wenn schon. Das ist beides Xabi Alonso. Berichte jenseits Hoeneß wollte er weder zurückziehen noch bestätigen. Solange kein Erfordernis ist, weder zusammen mit Spielern noch bei dem Trainer, ist dasjenige alles schöne Theorie, so Rolfes.